Musik Hallo Leute und herzlich willkommen bei der elften Nö, doch, bei der elften Folge Horror Survival Ja, ähm, jetzt ist die 151 draußen und die Performance ist ein bisschen gefixt worden Es leckt nicht mehr so sehr Und ich hoffe es wird nicht mehr so lecken, auch bei mir Und ich werde erstmal schlafen gehen Bei der elften Folge konnte ich das nämlich nicht Und ich wollte das auch mal zeigen Man schläft Man drückt rechts, mit rechts klickt darauf Und danach macht man so Nee Nicht dein Ernst, oder? So, Wasser an Eimer So, was wollte ich bei dieser Folge machen? Die Farm fertig bauen Ah, und ich wollte auch noch was machen Ich hatte die Idee vor der Aufnahme Über diese Kiste Oder zumindest dieses Zeug da Das, das, das und das Dieses Zeug hier Unten bei einer Kiste reinpacken Damit ich das nicht hier oben habe Äh, ich glaube nämlich das ist viel besser so Ja, und das mache ich mal So, dann, keine Truhe Ich hatte keine Truhe So Und das mache ich mal so Mit rechts klick Die ganze Zeit Ruhe Ja, sieht ganz gut aus Okay, wo packe ich die Truhe hin? Das ist jetzt ne Frage, ja So, dann baue ich das ab Und pack die dort hin Ja Sieht glaube ich ganz gut aus Habe ich Samen bekommen? Oh, okay So Da werde ich noch ein bisschen Knochen mehr Okay, da sind Karotten, oder? Jupp Eins, zwei, drei Vier Ein, vier Warum kann ich die Samen dort empfehlen? Ja Dann habe ich jetzt hier nur noch Dann habe ich bei diesen zwei Stellen jetzt nur noch Weizen Von links Karotten Und von, äh Ja, von rechts Karotten Ja, von links von hier aus gesehen Und rechts Kartoffeln Von hier aus links gesehen Äh, ja So, dann kann ich mir eigentlich ein Brot machen Aber das werde ich nicht machen Und ich glaube ich bin fertig Spitzacken habe ich genug Alles aus Eisen In der Schaufel habe ich Leck Egal Dann packe ich das da rein Weg So, ähm Dann geben wir in die Höhle rein Aber ich nehme erstmal Noch ein paar Blöcke Ja, ähm Leute Habt ihr eigentlich auch Keine Performance, ähm Ähm Wie heißt das, äh Stacks Nein, Stacks Ich weiß nicht, wie das hieß Ähm Das Wort kommt jetzt nicht Ja, dass du Dass man vielleicht immer 60 hat Und danach ist Ein bisschen nach 10 geht Und danach wieder nach oben Äh, ja Nach 10 geht Und danach wieder nach oben Ja, ähm Habt ihr das auch? Nicht mehr Seit dem Update Denn bei mir ist es eigentlich weg Völlig nicht, aber Wenn man das machen könnte Aber leider geht das nicht Und bin ich bei Schwer Äh Nö Ja, äh Ich wusste es Ja, ich hab vorhin was Bei der DJ-Welt gebaut Und, äh Da wäre es nervig Es auch friedlich Äh, nicht auch friedlich Zu haben Ähm Die Monsterfall Hab ich ein bisschen Überarbeitet Jetzt kann man Äh, braucht man nicht mal Hingehen Es wird alles eingesammelt Von Trichtern Ich hab nicht genug Essen, oder? Ja Ich hoffe, das reicht aber aus Fuck, Höllen reichen Hoffentlich aus So Schon wieder Eine Höhlen-Tour Unten gab's nichts So Ein bisschen die Gänge erkunden Die ich nicht so gut erkundet hab Äh, ich geh mal nach da Wieder Leute Züge Warte, welche Höhe bin ich? Kann's sein Ja, nicht, oder? Leute Das hier ein Mein Schäft ist Das glaub ich eigentlich nicht Ich glaub's eigentlich nicht, aber 50% Okay Aber Man kann's eigentlich Sagen Das Typ meinen werde ich lieber So Noch ein bisschen Eisen Noch ein bisschen Eisen Nö Nö Der best ne Höhe 13 Eigentlich will ich nur gucken Ob hier wirklich irgendwas ist Oder nicht Denn die Züge Weisen eigentlich auf ein Mein Schäft Egal, ich werde auch ein bisschen Eisen sammeln Weiter geht's Weiter geht's Was ist An Ist das wirklich irgendetwas, oder? Nö. Ich bin woanders rausgekommen. Ich hab den ganzen Weg unter der Erde gemacht. Ja egal. Okay, dann sammle ich hier noch die Kohle ein. Ich brauche nämlich Kohle, ich hab so wenig zu Hause. Aber wenn man eigentlich nicht so viel Kohle braucht, bei Ticket braucht man Kohle. Oder... Licht... Solarpanel. Ja, das wär geil. Das wird so ein Ticket-Let's-Play. Nö, natürlich nicht. So, Kohle... Ja, sollte ausreichen. Ich habe noch ein bisschen zu Hause. Äh, ich sammle. Ich hab von innen gesagt... Bitte nicht viel, bitte nicht viel sein. So, da unten... Da muss noch was sein. Habe ich nicht erkundet. Ich hatte damals keine Fuckeln. Wieder. Mal. Okay, dann gehen wir hier rein. Und... Tick. 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich habe sechs Diamanten und die Textur ist richtig nice. Windows Dias. Ich habe einen Shuffle geklaut, das werden alle schreiben. Ja. So. Click. Ist hier noch irgendetwas anderes? Nö. Scheiße. Egal. Ich mache es dann mal mit Wasser. Nö, ich mache es mit Erde. Ich will kein Blödsinn bauen. Ja, und gleich muss die Folge beendet werden. Ich habe eine Axt. Es kann sein, dass noch was anderes cooler ist. Okay, welche Höhe waren die Dias eigentlich? 13. ich bin. Ich möchte nicht mehr so als ob einem Schicksal ausfilt, Das ist allos mal. Aber dann kann ich nur noch nicht mehr so sein. Das war das so sehr gut. Ich komme aus. Das ist nicht mehr so. Ich habe es nicht mehr so. Aber dann kann ich mich zu Hause. Ich kann ihn nicht mehr so aus. Es fehlt mir so. Ja, ich habe es mit mir. So, es ist gut ein bisschen mehr so. Ich kann das mal. Eisen sollte ich auch genug haben, für all das Zeug. Stein auch. Und von hier oben werde ich jetzt weggehen. So kurz ins Wasser reinspringen und da habe ich jetzt über einen Stack Redstone. So dann werde ich noch diesen Kohl Dingens hier sammeln, das ganze Kohl Zeug, wieder nach Hause gehen und die Folge beenden. Oder? Dann packe ich das mal dorthin. Ja, das machen wir mit Shift. Wenn man Shift drückt, ähm, Shift und danach wo man das will. Also ich kann das bei 2 machen und danach wieder bei 2. Oder bei 1 oder was auch immer. Damit ich mal gucke, wie viel Kohle ich habe. Das heißt, Texte sollen reichen. So, jetzt noch von da. Ich weiß aber nicht, ob diese Einstellung jetzt von, äh, dieses eventuelle Dingens von der 1.5 ist oder ob es das früher auch gab. So, 25 und dann gehen wir von da. Hier wurde ich gekillt, glaube ich, für ein Skelett. Nach da. Nach da. 15 bis 20 Minuten müssen die Folgen sein. Hatte ich gesagt. So. Schnell. Jetzt ist nachts und ich werde gekillt und danach sind die Dias weg. Ich weiß schon jetzt. Ich weiß jetzt schon. Ich weiß jetzt schon. Ich weiß jetzt schon jetzt. Ja. Cooles Deutsch. Ja, das wusste ich doch. Okay, dann. Ciao Leute. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich werde bei dieser, bei der anderen Folge dann, äh, rausgehen. Ciao.